Türkei, ups, das war so offensichtlich nicht geplant. Silvana Wollny, 31, hatte mit ihren Fans jüngst eigentlich nur ein paar Aufnahmen von Töchterchen Anastasia, 4, teilen wollen, dann wurde es jedoch prompt ein wenig eklig. Silvana Wollny ist eine wahre Vollblutmama. Ihre beiden Töchter Selina, 10, und Anastasia spielen im Leben der TV-Bekanntheit, die Wollnys, bekanntlich die Hauptrolle und bereichern das Leben ihrer berühmten Mama Tag für Tag. Das hatte Silvana ihren rund 376.000 Instagram-Fans schon häufig in ihren Storys gezeigt, wenn sie ihrer Community wieder einmal einen kleinen Einblick in ihren Mama-Alltag gegeben hatte. Auch am Freitag meldete sich die 31-Jährige auf ihrem Kanal und teilte mit ihren Anhängern einige neue Aufnahmen von Töchterchen Anastasia, die vor wenigen Tagen vier Jahre alt geworden war. Während Mutter und Tochter am Esstisch ihrer Zweitwohnung in der Türkei Platz genommen hatten, alberte Silvana mit der Vierjährigen herum und hielt die Kamera dabei auch immer wieder auf Anastasia, die die Aufmerksamkeit sichtlich genoss. Dann schien die Albernheit jedoch mit der Kleinen durchzugehen, denn plötzlich spuckte die Vierjährige vor den Augen ihrer Mama und tausenden Followern mitten auf den Tisch. »Ihaha! Anastasia!« rief Silvana empört aus, brach jedoch in lautes Lachen aus, als ihrem Töchterchen ein unschuldiges Ups über die Lippen kam. Silvana Wollny nennt Tochter liebevoll Affe. Das Nesthäckchen sorgte jedoch, in typischer Wollny-Manier, direkt wieder für Ordnung, bewaffnete sich kurzerhand mit einem Küchentuch und wischte das Malheur eigenständig vom Tisch. »Warum bist du so ein kleiner Affe?« fragte Silvana ihr Töchterchen derweil mit liebevollem Unterton. »Weil ich dich lieb hab,« entgegnete die Kleine und ließ damit wohl nicht nur das Herz ihrer Mama dahin schmelzen. »Wir sollen nicht nur das Herz discipuliert sein, aber auch das Herz ihrer Mama dahin schlägt.« »Ger nhi nicht nur das Herz ihrer Mama dahin schlägt, aber nicht nur das Herz ihrer Mama dahin schlägt.« Vielen Dank.